Also, nochmal kurz zusammengefasst, wenn ihr einsam seid, geht raus, macht etwas, seid aktiv, seid ihr selbst. Die Leute, die wollen, dass ihr euch einsam fühlt, haben dann gewonnen, wenn ihr zurückbleibt und euch einsam macht. Ihr selbst seid nicht dazu gezwungen, dass ihr einsam werdet. Jeder von euch ist irgendwo toll und wundervoll. Und wirklich, ich sag es euch, zeigt es der Welt und verkriecht euch nicht. Vielen Dank.